Ich werde hier keiner schießen. Und für mich ist der auch kein Killer. Ich werde jetzt ein bisschen mit dem reden hier. Beruhige dich. Bleiben Sie ruhig. Alles wird gut, Nathaniel. Du sollst die göttliche Macht erfahren. Ich will Ihnen helfen, Nathaniel. Beruhige den, Nathaniel. Sich von den Stimmen zu befreien. Aber Sie müssen mir vertrauen. Oh, Allmächtiger. Deswegen hat er so extrem viele Medikamente. Schütze uns vor der schlauen List des Dämons. Möge der Allmächtige die Macht seines Reiches offenbaren. Und die göttliche Kraft Satan und andere böse Geister auf der Jagd verschießen. in die dunkelsten Abgründe der Hölle schicken. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Hören Sie nur auf meine Stimme. Jetzt zurück. Langsam. Beruhige dich. Die Waffe runter. Runter, Nathaniel. Ja, einwandfrei. Hände hinter den Kopf. Umdrehen. Oh. Im Namen des Herrn. Weiche von ihm, Satan. Okay, Spinner. Die Show ist vorbei. Sie sind verhaftet. 200 Puls. Mindestens. Es war verdammt cool unter diesen Umständen. Ich hätte ihn erschossen. Eine Waffe löst nicht jedes Problem, Blake. Vielleicht nicht. Aber meistens hilft sie. Ich glaube, der Zeitpunkt ist gerade etwas schlecht, aber ich... Halt. Ich glaube, das Ding können wir noch spielen. Oder? Ich weiß es doch nicht. Ja, wir spielen das Ding jetzt noch. Ich kann ihm nur kurz vorlesen. Name ist Scott Shelby. Beruf Privatdetektiv. Ein ehemaliger Polizist. Oh, Selbstkontrolle. Ein ehemaliger Polizist, der für die Familie der Opfer an dem Fall des Origami-Skinners arbeitet. Hier sieht man zum Mittwoch, 10.37 Uhr, 48,36 Millimeter. Also hier ist so viel wie 5 Zentimeter sind schon gefallen, an Niederschlag. Das bedeutet, dass es nicht mehr viel. Gehen wir mal hier rein. Gucken wir, wie jemand da ist. Ha, die Treppe. Pum, 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 Pum. Gehen wir mal rein. Komm, Babychen. Hallo? Keine Antwort, ein Babyschreiterin, kein guter Anfang. Kein gutes Zeichen. Susan Bowles, Mutter des letzten Opfers des Origami-Killers. So, nun Scheibe schlagen raus. Sie könnten etwas über die näheren Umstände zum Tod ihres Sohnes wissen. Babygeschrei und keiner reagiert. Sieht nicht gut aus. Kann man auch nicht rein. Asthma. Kein Asthma im Moment. Wunderbar. Der Inhalator ist in der Tasche. Für alle Fälle. Für alle Fälle. Oh, hier geht's auch noch rein. Na ja, zum Glück ist ja hinten immer offen. Sicherheitshalber, dass man vorn noch nicht reinkommt. Hallo? 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 Baby schreit. Zettel auf dem Boden. Jemand da? Geh mal gucken, was der Zettel uns zu sagen hat. Mrs Bowles. Mein Gott. Ich kann nicht mehr, dann kümmern Sie sich um mein Baby. Ist die jetzt abgeholt, oder was? Moment. Na los, ich muss das ausdurchsuchen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Nö, hier sind die Kinder. Nö. Hier? Mrs Bowles. Oh, abgeschüttet. Mrs Bowles, sind Sie da? Ach, keiner muss nur das Bad sehen. Wo ist rein mit dir? Scheiße. Was ist das? Ketchup? Hallo? Ah, die lebt noch. Mrs Bowles. Mrs Bowles, hören Sie mich. Aufwachen. Aufwachen. Raus jetzt mit dir. Ich war angezogen, schweiß sie sich drunter in die Badewanne. Hier, ab ins Bett. Ich ruf den Notarzt. Nein, ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Okay. Haben Sie was zum Verbinden da? Ja, ich glaub schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. Naja. Also ich würde ja sowas meistens halt im Bad aufbewahren. Erstmal Hände waschen. Bewege, wo die schon überall gelegen hat. Ha! Mal sehen. Ich brauch das. Und das. Was? Ah, gut. Und das. So, guck mal hier. Alles wird gut. Ich bin da, Susan. Alles wird gut. Ich pass auf Sie auf. Oh, das hat sich nicht wieder mit Blut eingesaut. Ah, Druck. Bleiben Sie wach, Susan. Susan, hören Sie mich. Susan, bleiben Sie wach. Können Sie mich hören? Wach bleiben. Oh, du siehst wieder aus. Die Hände wurden doch schön schmutzig gemacht. Scheint doch gut auszusehen. Mehr kann ich nicht tun. Das sollte reichen. Zum Glück sind die Wunden nicht tief. Hey. Hallo. Wie geht es Ihnen? Aufwachen. Okay. Mein Baby. Mein Baby braucht mich. Verstehe ich nicht. Gut. Sie bleiben da. Das soll jeder für sich selber entscheiden. Ich schau nach dem Baby. Okay. Aber erst mal Pfoten waschen nochmal. Können Sie das? Äh, mit dem Baby? Nö. Ich bin Detektiv. Ich kann alles. Aber schlechter. Nee, nee. Sie heißt Emily. Okay. Schade, dass man nicht sieht, dass das irgendwie das Blut...